Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aber erstmal stellen wir uns euch vor. Das ist Elli. Sie ist die Strategin unter uns. Das ist Alina. Sie ist die Beste im Analysieren. Und das ist auch Alina. Sie ist die Kreative. Wir haben ein Kommunikationskonzept entwickelt für das Dialoghaus in Hamburg, mitten in der wunderschönen Speicherstadt. Und warum wir finden, dass das der beste Kunde ist, das erzählen wir euch jetzt. In der heutigen Welt, die sich immer mehr vernetzt und wo Kommunikation auch immer wichtiger wird, merken wir das, wenn wir den Gegenüber mal nicht verstehen. Sind wir ganz schön aufgeschmissen, oder? Wäre es nicht also super cool, wenn man den Gegenüber auch mal ohne Worte versteht? Und genau das kann man bei unserem Kunden, dem Dialog im Stillen, ausprobieren. Bei einer interaktiven Führung mit Gehörlosen-Guides wird man durch vier verschiedene Stationen geleitet, in der man merkt, wie leicht es ist, sich ohne Worte zu verstehen. Man kann seine Hemmungen vor der Tür lassen und sich ohne Worte ausdrücken. Hört sich doch echt gut an, oder? Was ist denn dann das Problem? Im Dialog im Stillen fehlen leider die BesucherInnen. Doch genau dieses Problem haben wir mit unserer Kommunikationsstrategie gelöst. In unseren Analysen haben wir herausgefunden, dass den Dialog im Stillen erstens echt wenig Leute kennen und zweitens, dass er sich auch selbst als reines Bildungsangebot positioniert. Genau deswegen haben wir zwei konkrete Ziele formuliert. Einmal Steigerung der Bekanntheit und die Erschaffung eines neuen, frischen Images. Grundlage zur Umsetzung dieser Ziele ist eine Neupositionierung. Wir wollen erreichen, dass der Dialog im Stillen nicht nur als Bildungsangebot wahrgenommen wird, sondern auch als Freizeitaktivität, bei der man einfach Spaß haben kann. Den Spaß und die Herausforderungen am Kommunizieren drücken wir mit der kommunikativen Leitidee Keine Worte, viel zu sagen aus. Jetzt müssen wir diese Botschaft nur noch unter die Leute bringen. Zuerst haben wir die Website des Dialoghauses optimiert. Wir haben sie neu strukturiert, dem Dialog im Stillen eine coole Landingpage verpasst und durch verschiedene Maßnahmen den Ticketkauf erleichtert. Damit der Dialog im Stillen im Internet besser gefunden wird, haben wir die Website für Suchmaschinen optimiert und ihn als Ausflugsziel und Erlebnis präsentiert. Und auch den Social Media Kanälen haben wir mit verschiedenen Anregungen mehr Persönlichkeit gegeben. Damit auch möglichst viele von der neuen Idee mitbekommen, planen wir ein PR-Event im Dialoghaus und streuen die Botschaft über reichweitenstarke Online-Kanäle wie Google Ads und Social Media Werbung sowie Werbeanzeigen in der S-Bahn-Linie rund um die Speicherstadt. Und um auch die Reichweite der anderen zu nutzen, starten wir Affiliate-Kooperation. Unsere Strategie funktioniert, weil wir unsere neu definierte, urbane, unternehmungslustige Zielgruppe mit unseren Kommunikationsmaßnahmen optimal ansprechen. Mädels, wir haben es geschafft! Es gab viele Ups und Downs, aber es war eine sehr wilde Zeit. Aber am Ende des Tages können wir doch wirklich stolz auf uns sein.